Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir haben heute hier auch wieder ein kleines bisschen Zeit, um an unserem Park weiterzubauen. Wir haben es ja mittlerweile schon geschafft, hier uns ein kleines Polster rauszumholen. 64.000 sind wir jetzt aktuell gerade schon mal im Plus und das ist natürlich schon mal mega geil, finde ich. Und es kommen immer wieder mal ein paar Leute rein, es gehen natürlich auch mal wieder einige Leute und die sagen, es war so schlecht, sie wollen unbedingt Geld wieder. Die auch wieder Geld zurück. Aber das Gute ist, dass die Leute momentan relativ viel Geld für Essen und Trinken da lassen. Und das ist eigentlich für die Leute, die wohl im Park sind, schon mal sehr, sehr gut. So bleibt ein bisschen mehr hängen. Natürlich wäre es toll... Ah, da sind wir auch fertig. Natürlich wäre es toll, wenn die ganzen Leute, die wo sich die ganzen Sachen schon geholt haben, also sprich Parkeintritt und so ein Zeug, dass die, äh, ja, den Eintritt nicht wieder zurück verlangen. Das wäre eigentlich mal so mein, ja, größter Wunsch hier. Aber ich glaube, bis das soweit ist, dabei, bin ich im Jahr, keine Ahnung, 30 oder so, oder 35. Ähm, aber da müssen wir echt gucken. Das darf natürlich nicht so überhand nehmen, langsam. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier auch ein paar Attraktionen hinbauen. Äh, Attraktionen sage ich, lösen. Ähm, Mülleimer, das wollte ich. Und zwar unbedingt hier zu den, ähm, Eingängen, dass die Leute das Ganze, ähm, nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Das wäre natürlich schon mal super, denn, ja, das Hauptproblem ist natürlich auch Müll. Und den werde ich so schnell nicht los. So, das Gute ist, die Wasserrutsche, die ist sehr gut besucht. Die ist extrem beliebt. Äh, und hier ist der Mülleimer überall voll. Weiß gerade, sie, ähm... Ja, genau, Personal, da wollte ich hin. Den holen wir jetzt gleich mal, dass er hier ein paar Mülleimer und sowas ausleert. Das ist natürlich schon mal... Ja, kann man, dass es hier so ausschaut. Muss man schon sagen. Ein Dieb wurde geschnappt. Das ist toll. 59.000... Achso, okay. Wollte gerade sagen, hey, wir haben schon 3.000 verloren. Dabei haben wir, ähm, ja auch die Forschung gestartet. Ich meine, die kostet zwei Monate, 3.000. Aber, das hat jetzt auf alle Fälle mal diesen Preis, oder unser... Der ist aber bald wieder voll. Hat unser geschrumpftes Konto quasi erklärt. So, jetzt hoffe ich mal nur, dass er auch in die andere Richtung dann geht hier hoch. Und da sauber macht. Vielleicht sogar auch gleich mal den hier, äh, den hier wieder sauber macht. Hier ist voll. Hier ist teilvoll, teilvoll, teilvoll. Aber er geht wieder zurück, das ist gut. Ja. Ja. Schön. Er macht den sauber, dann will er mit Sicherheit auch den hier gleich sauber machen. Äh, die hier unten. Achso, halt. Die anderen waren ja hier oben. Da hoffe ich natürlich, dass er dann auch hier noch ein bisschen sauber macht. Ähm. Aber ich glaube, da geht er dann schon durch. Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, denn wir bräuchten eigentlich so ein bisschen an der Stelle auch noch so ein bisschen Deko mit dazu, ein bisschen Pflanzen auch noch. Ähm, da ist eigentlich so das Hauptproblem. Es sieht jetzt so, wie es jetzt aktuell ist, ziemlich nackig aus. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Ein paar, ähm, Wege dürfen hier. Noch mit Steinen, äh, mit Steinen, verdammt, fast red ich mit Müll. Ähm, hier, Pflanzen. So. Ähm, hier neben den Wegen, ähm, darf natürlich schon mal einiges mit Pflanzen vollgesetzt werden. So, jetzt bin ich richtig. Ähm, aber diesmal nicht übertreiben. Wie gesagt, wir sind hier eigentlich jetzt dann gleich am Ende von dem, ja, hier von dem Weg, von dieser Deko, von diesem Deko-Bereich. So kann man eigentlich sagen. Ähm, da müssen wir es echt nicht übertreiben. Ähm, von dem hier selber. Ich glaube, dass wir eigentlich mit dem hier noch relativ schön weiterlaufen können. Guck mal, wir haben... Hatten wir die Farbe? Ne, hatten wir nicht. Äh, mal ganz kurz gucken. Die Farbe ist nämlich... Äh, ich würde gerne diese Farbe haben. Was ist das für eine? Ach, mach ich mir stets über. Dann können wir die nämlich auf diese Farbe hier übernehmen. Äh, zack. Jawohl. Weil da würde ich mal sagen, gehen wir an der Stelle hier nämlich ein bisschen mit denen hier weiter. Und, ähm, wir werden dann auf alle Fälle, ja, hier so eine Art Zaun vorbeimachen. Da muss ich mir jetzt die Zeune dann allerdings noch mal ein kleines bisschen genauer angucken. Denn, äh, ich hab eigentlich noch nie einen Zaun fertig hier genommen. Und auch noch nie reingeguckt, muss ich zugeben. Äh, vor allem seitdem das Update rausgekommen ist. Ich hab eigentlich nicht mehr mitgelesen. Ich wollte mir das... Eigentlich... Ja, ich wollte mich nicht spoilern, sondern ich wollte es eigentlich mal selber rausfinden. Bin aber nie dazugekommen. Hab auch nie daran gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, okay. Also, jetzt ist die Frage. Jetzt hier sind die Bildschirme. Kunstformen. Was ist das hier für ein Zeug? Steuerung, Requisiten. Bögen. Da gibt es ein anderes Zeug. Hier ist ein Zaun mit dabei. Aber der... Gefällt mir jetzt gar nicht. Da sind nur die normalen Schilder dabei. Das ist klar. Oh. Hier ist noch nichts erforscht. Gucken wir mal. Ist das vielleicht alles hier dabei? Oberwestern-Zaun. Zaltzaun. Das will ich eigentlich alles gar nicht. Oberwestern-Zaun. Betalzaun. Den gibt es in schwarz. Den gibt es hier in weiß. Aber sowas hier in diese Richtung wie den finde ich ganz cool. Der ist mir dann doch zu lang. Aber sowas würde ich eigentlich. Aber das ist ja als Westernbereich. Ich hätte eigentlich ganz gerne an dieser Stelle... Ach, warte mal kurz. Filter, hier. Eigenschaft. Naturigen. Was? Achso, da kann man relativ wenig einstellen. Einfach nur ein Zaun. Logo-Zaun. Nö. Würde ich auch nicht. Nö. Aber so diese Richtung ist eigentlich schon genau das Richtige, was ich gesucht habe. Gucken wir mal. Da müssen wir natürlich noch ein kleines bisschen nach oben, dass es hier auch relativ schön aussieht. Ja, also den finde ich soweit sehr cool, muss ich zugeben. Ähm, ich hoffe ja nur, dass wir hier jetzt jetzt auf der Seite richtig rauskommen. Nicht, dass es jetzt unbedingt gestückelt aussieht. Das wäre jetzt nicht so der Hit. Und... Oh, das ist ja eigentlich echt gut. So, also in diese Richtung muss ich echt zugeben, finde ich es eigentlich sehr cool. Mit dem. Das wäre dann noch eine Überlegung, wer hat hier auf der anderen Seite, und vor allem auch hier auf dieser Seite, denn diese Heckenzäune schauen echt beschissend aus. Ähm, ja. Ist mal allerdings erst danach gekommen, als ich danach der Aufnahme, ups, nochmal drüber geguckt habe. Und, ja. War uncool, wenn ich ehrlich bin. So, monatlicher Profit 15.000 minus, das heißt eigentlich, dass die Leute wieder ihr Geld zurückverlangt haben. Und sogar... Ja, bei Forschung könnte ich auch nochmal ein bisschen was mitgemacht haben. Äh, ja, wobei, hat es mit Sicherheit. 3.000 minus, was wir da hatten. Äh, ja, auf alle Fälle. Sowas wie der jetzt ist, finde ich super. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir bei dem anderen Weg vorne relativ schön ankommen. Ähm, würde nämlich gerne mit einem Zaun nach hinten weitergehen. Aber da müssen wir gucken, so ein kleiner Zaun ist jetzt nicht gerade das Richtige, würde ich behaupten. Aber das werden wir gleich sehen. Ich frage jetzt nur, macht das der Müll einmal hinter dem Zaun Sinn? Ich meine, die Leute können drüber schmeißen, aber... Die Reinigungskräfte müssen den Müll über den Zaun hängen. Oder heben. Ich meine, sollte nicht mein Problem sein? Äh, ich muss ihn nicht heben. So, gut. Jetzt haben wir hier, dann können wir, würde ich mal sagen, hier an dieser Stelle weitersetzen. Ähm, hätte ich aber... Ja, so eine Türe in diesem Stil wäre noch ganz geil. Jawohl. Dahinter sind ja noch diese Pflanzen. Die Pflanzen gepflanzt. Ja. Ähm, ein Wortwitz. Hier... Könnte man eigentlich... Na. Noch, könnte man. Ähm, hier auf dieser Seite auch noch entlang pflanzen. Ähm, würde, glaube ich, nochmal ein bisschen... Ein bisschen was ausmachen. Also, also, schön natürlich, positiv. Ähm, müsste man halt echt probieren, wie das dann wirkt. Nicht, dass das auch überladen aussieht, wie diese Hecke von vorhin. Das wäre natürlich echt rotz. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Gut. Ähm, wir können... Was können wir denn? Erstmal kurz überprüfen. Hier haben wir noch... Niedrigen Zaun. Jetzt haben wir den hier so mit dazwischen. Ja, den, glaube ich, können wir mal so dazwischen stehen lassen. Aber wie gesagt, hier nach hinten würde ich eigentlich echt gerne ein bisschen was anders haben. Aber... Das Problem ist, dass eigentlich noch nicht wirklich viele schöne Zäune dabei sind. Und das ist eigentlich schon dabei. Eher Westernbereich und... Ja, das verbinde ich halt echt ganz klar ein bisschen mit Western. Okay, die Seite ist scheißegal, wie lang. Weil es aber auf der Höhe gar nicht so schlecht aussieht. Ich würde sagen, den können wir mal... ...so übernehmen. So, dann sind wir hinten an dieser Säule mit dabei. Und so wirkt es jetzt eigentlich wirklich nicht so schlimm. Aber was meint ihr? Ist der Bereich sogar jetzt gerade gut? Also, wie gesagt, ich selber finde es natürlich gut, sonst würde ich es so nicht bauen. Aber was sagt ihr allgemein drüber? Wäre echt mal interessant, was ihr meint. 100% optimal ist ja nicht. Das kann man natürlich auch sagen. Weiß ich auch. Aber, ganz ehrlich, dafür... ...ist das Ganze ja auch da. Also quasi, um sich gegenseitig ein bisschen auszutauschen... ...sollen wir das... ...ja, machen wir so. Also, um sich gegenseitig auszutauschen, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln hier im Spiel noch... ...oder Vorschläge zu bekommen, wie man was verbessern könnte. Das ist natürlich immer wichtig. Ich meine, man kann immer was verbessern. Optimal gibt es nicht, ganz ehrlich. Würde ich auch die behaupten, dass mein Park so viel ist, optimal ist. Und da gibt es natürlich schon noch ganz, ganz andere Faktoren, die Moda dazu zählen. So. Genau, das war jetzt mal, glaube ich, genug gejammert. Oder genug versucht zu erklären. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. So, der geht hier tief weiter nach unten, das ist natürlich schon mal gut. Ähm, hier hinten dran kann man auch nochmal so ein kleines bisschen ziehen. Auch wenn er ein bisschen drüber steht, aber ist jetzt in dem Fall nicht so dramatisch. Zack. Und es sieht ja wirklich aus, so ein bisschen wie, ähm, ein Fußweg, wo die Leute entlang gehen müssen. Ach, bin ich blöd. Das habe ich ganz vergessen. Hier an der Stelle brauche ich auch noch was. Und ich sehe gerade vor allem, wir haben nur noch 32.000. Äh, da müssen wir jetzt echt ein bisschen ranklotzen. Äh, Wegnausrichtung, ja, es ist richtig. Äh, hallo? Das ist doch nicht den, was ich gerade hatte, oder? Äh, doch, ist er. Das ist er. Äh, jo, ne, so ganz gefallen tut mir das jetzt noch nicht. Dann würde ich mal sagen, gehen wir natürlich jetzt erstmal bloß so hin. Bei, ist ja, ups, aber egal. So können wir uns ein bisschen hierher verschieben. Ähm, hier ist ja eigentlich, ja, der Ausgang. Das heißt, normalerweise, man kann ja sagen, rein theoretisch, dass der Dings hier hinterher geht. So. Gut. Ich würde sagen, das ist in Ordnung so. Ähm, das hier passt alles. Das hier ist halt echt ein bisschen zu lang, aber, ja, da gibt es leider keine kürzeren. So, dann schauen wir nochmal aktuell. Äh, technisches Problem, technisches Problem. Technisches Problem, okay. Ähm, hier, Gäste, da wollte ich eigentlich hin. Der ganze Müll ist ja widerlich. Ähm, sind jede Menge Sachen kaputt. Und, okay, dann heißt das eigentlich für mich schon mal, wir müssen unbedingt hier mal die ganzen Sachen ersetzen. Äh, hat Durst. Der Schrott war immer noch voll. Alter, ich hasse es, dass die sich alle da anstellen. Ähm. Genau, der ganze Müll ist ja widerlich. Jede Menge Sachen sind kaputt. Sollte jetzt eigentlich der gleiche hinüber sein. Ähm, ist es voll. Also Milchshakes, die haben immer noch ziemlich Durst, irgendwie 8%. Sind es nach wie vor noch. Ähm, schade, dass man nicht mehr so hingehen kann, wie man es früher hatte. Sprich, man kann direkt auf den Gast klicken. Und der hat uns angezeigt, wo er gerade ist. Der macht wieder Minus. Der Rest ist alles offen, offen, offen. Gut, wo, bei denen, sieht man. Okay. Okay. Also, das ist der hier hinten. Also, das ist der untere von denen. Dann, gehen wir mal kurz zu dem. Wobei, der repariert gerade. Aber er ist fertig. Das bedeutet, den schicken wir gleich mal hier zur Achterbahn. Denn 36.000, wir sind im Spiel wirklich verdammt weit runtergefallen. Hier unten könnten wir eigentlich auch so ein kleines Holz-Dings mit dazu machen. Na, wie heißt das denn? Äh, ja, ein Unterstand. Und, so, das war das Wort. Äh, die Frage, das war jetzt nur... Ich glaube, das war unter dem hier dabei. Ja, genau. Da ist der andere dabei, denn ich möchte natürlich erstmal hier eine... Ne, ein Dach. So, Dach will ich erstmal drauf machen. Da ist nur die Frage, was machen wir für ein Dach? Ein Holzschindeldach? So wie das andere quasi auch. So ein bisschen... So in diese Richtung weiterlaufen, wäre eigentlich ganz schön, ne? Wenn es irgendwie passen würde. Aber es ist halt auch verdammt klobig wieder. Oder soll man da nach hinten weitergehen? Also der Premium-Passeingang. Lapp, lapp. Hier, da hauen sie sich den Kopf an, man sieht es eh schon. Ja, aber ganz so schön ist es noch nicht, ne? Ne. Nicht wirklich. Dann probieren wir es jetzt trotzdem erstmal mit dem hier aus, ob wir da nicht... Ähm, ein bisschen was zaubern können an der Stelle. Ah ja, das ist gut. Das ist sogar eigentlich gar nicht so blöd. Beziehungsweise doch ist es, weil... Weil, weil, weil... Das Ding hier natürlich wieder viel zu groß ist. Na, ich hab... Keine Ahnung. Machen wir den nochmal weg. Äh, wir probieren jetzt trotzdem. Jetzt gucken wir uns einfach mal schnell an. Hier an der Stelle machen wir nochmal... Und das ist hier eine Erhöhung. Gerade wollte ich sagen, schau, dass du das Licht da wieder anmachst. Vielleicht ist ja das jetzt gar nicht so hässlich. Also das müssen wir jetzt echt einfach mal nur ganz kurz ausprobieren. So. Wenn wir... Mit dem hier so ein bisschen versuchen, was Schönes zu zaubern. So ein kleines Dach können wir natürlich trotzdem obendrauf machen. Aber... Wir müssen uns da einfach jetzt erstmal selber bauen. Ah, das ist nicht so scheiße. So. Gut. Hier unten... Können wir natürlich auch noch einsetzen. Sag mal... Äh, doch, hör mal an. Ja, weißt du was? Das werden wir jetzt erstmal echt so machen. Wie hier. Dass wir... Wobei, da brauchen wir eben das einen Balken, der andere überlappt schön. Dass wir uns hier an dieser Stelle quasi ein... Ja, ein Dach selber bauen. Was ist das hier? Du bist... Eigentlich gar nicht so hässlich. Da oben wird es echt ein bisschen eng. Hier haben wir sogar noch ein paar Ziegelsäulen mit drin. Bringen uns unterm Strich eigentlich gerade noch gar nichts. Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder ein kleines bisschen zurechtfinden. Es sind ja hier immer wieder einige Sachen mit dabei, wo ich nicht weiß, wo waren die mit drin. Und ja... Das ist ein bisschen schwierig so. Aber ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Das Balkon... Da haben wir den Holzplanke gehabt. So, wie kann ich denn diesen... Äh, ja... Ich drehe das gleich mal komplett in die komplett andere Richtung. Das wollte ich nicht. Ach, den habe ich gerade schon gesetzt. Ja, das ist nichts. Aber diese Holzplanken, muss ich gerade auch sagen... Äh, habe ich gar nicht gewusst, dass wir die hier im Spiel mit drin haben. So, 15 Grad ist... Naja, eigentlich nicht gut. Steht hier unten ein bisschen zu nah an. Aber probieren wir es einfach mal. Das... Ja... Könnte natürlich schöner sein. Vor allem stehen wir hinten nicht direkt am Ding an, am Dach. So. Kann ich das jetzt? Würde mich mal interessieren. Okay, das geht. Erweitertes Verschieben. Jetzt gucken wir mal. Ah, da haben wir bloß eins ausgewählt. Das wäre so oder so scheiße gewesen. Denn ich würde gerne beide markieren. Nicht nur eins, beide. Was soll ich jetzt duplizieren? Jetzt erst mal... Das Ganze so machen. Ich versuche hier natürlich mein Bestes. Aber irgendwie ist... Das Beste gerade nicht genug. Boah, Alter. Willst du dich verarschen? Guck, dass du mir hier ein bisschen Holzbalken gibst. Sonst gibt es Ärger. Das Ganze versetzen wir einfach ein kleines bisschen. Ich glaube, das ist gar nicht so hässlich. Und vor allem müssen wir hier auf der Hinterseite ja sowieso auch wieder ein bisschen nachrücken. Also ist gar nicht so schlecht. Da kann man auch mal vor allem einsetzen, der wo ein bisschen höher steht als wie die anderen. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Aufnahme hier genauso ist. Aber hier drin sieht man eigentlich eher weniger Schatten, sondern leichte Punkte. Und ich weiß, dass das Bauen so gerade ein bisschen dauert. Da bitte ein bisschen Nachsicht. Ich habe... Ja... Diese Timelapse machen ist auch in Ordnung. Aber es macht echt nicht so viel Spaß, wie... Ja, so jetzt gerade bauen. Da muss ich mal gucken, ob ich da echt ein Mittelmaß finden kann. Aber es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus an der Stelle. So, den haben wir jetzt hier eh gleich hinten dran stehen. Hinten müssen wir natürlich noch gucken, dass wir den Boden, äh, den Boden, sag ich, die Strebe nach hinten, brauchen wir auch noch. Den hier können wir noch mal ein bisschen nach vorne stehen lassen. Und dann müssen wir uns einfach von hinten nach vorne ein bisschen weiter arbeiten. Aber ich glaube, dass wir mit den hier schon mal relativ gut fahren. Sieht schon mal ganz schick aus. Und... Schauen wir mal, ob das zum Anklicken geht. Geht, ja. Denn... Die anderen waren ja wieder hier drin. Schade, dass man das nicht richtig auswählen kann, wie ich es eigentlich gerne hätte. Äh... Wo sind wir denn? Ja, das ist gar nicht so blöd. So finde ich es in Ordnung. Wie gesagt, mit diesem Kasten hier, da müssen wir noch ein bisschen schräger werden. Dass es auch schön in einer Linie steht. So, gehen wir noch ein bisschen nach oben, oder? Ja, vor allen Fällen. Auch wenn es jetzt hier echt Kleinkörmerei ist, aber trotzdem. So ein bisschen dazugehören, tue ich ja trotzdem. Ähm... Aber ich hätte das zuerst machen sollen und dann die Bäume alles außenrum setzen. Gar nicht so einfach. Wo waren wir jetzt hier? Oder dem? Abgesägte Baumstammplanke. Ist natürlich... Schön, aber in dem Fall gerade nicht das Richtige. Äh, hallo? Okay, ist auch nicht das Richtige. Lah, ist es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's gar nicht vergessen. Verdammt. Was war denn das mit dabei? Irgendwo hier noch, oder? So, dann war es hier unter dem Gebäude dabei. Gibt's nicht. So hohl? Gibt's ja wohl gar nicht. Da haben wir ganzen Baumstamm. Spezialeffekte. Display. Natur. Ach, hier sollten wir alles anmachen, vielleicht. Unter was bist du das scheiß Ding hier drin? Holzplanke 4 Mieter. Ja, das ist natürlich echt toll. Abgesägte Baumstamm machen die auch nochmal alles an. Abgesägte Baumstamm. Na, das war hier nicht drin. Dekorativer Ziegelbogen. Aber wir kommen hier. Da sind wir. Uh. Und ich seh grad... Oh oh. Äh, 16.000 haben wir bloß noch. Dann nehmen wir mal den kürzeren diesmal. Äh, aber 16.000 ist echt schlecht. Hier an der Stelle können wir ruhig ein gerades Dach ein bisschen machen. Das ist jetzt nicht so auffällig von dem. Ach, so ein kleines bisschen kann man schon machen. Sonst, glaub ich, wird's echt ein bisschen zu lame. Äh, soll jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Schade, dass man das Ganze nicht mit dem Pfeiltasten steuern kann, wenn ich ehrlich bin. Dass man rauf, runter... Oder, ja... Mit dem Pfeiltasten wäre es eigentlich ganz cool. Wenn es irgendwie gehen würde... Sollte es gehen, sagt mir bitte Bescheid. Sonst krebs ich hier auf Dauer ewig so rum. Und... Ich weiß nicht, dass es die Lösung eigentlich für mein Problem gibt. Oder allgemein, wie ich die Steuerung so ein bisschen anpassen kann mit dem Kopieren und sowas. Ich hab gesehen, das geht eigentlich. Aber... Ja, bei mir irgendwie nicht. Was genau muss ich da... Muss ich da machen? Puh, also so Kleinkramereien, die halten ganz schön auf. Und vor allem, wir sind jetzt nur noch bei 12.000. Wir haben aber auch ganz schön viele Kunden verloren. Ähm, das ist eigentlich jetzt dann dann... Dann dann. Gleich unsere nächste... Ja, die nächste Aufgabe, dass wir wieder mit Marketing so ein bisschen anfangen und versuchen, die Gäste wieder dazu zu holen. Aber, ich glaube... Ja, noch plus 9 sind wir immer noch. Das wäre eigentlich soweit richtig. Dann können wir nochmal ein paar... So, 0 Dollar. Die haben auch wieder Geld zurückbekommen. Also diese Option, muss ich sagen, sollte man echt ausschalten können. Wo bekommt man bitteschön in irgendeinem Freizeitpark hier in Deutschland sein Geld zurück? Geschweige denn irgendwo im Ausland. Habe ich noch nie gesehen. Würde ich dann beim nächsten Mal auch gerne machen. Gibt es einige Parks, wo ich mir so denke... Alter, für was verlangst du Geld? Äh, hoher Einfluss... Ja, Familien würde ich das denn machen. Ach, haben wir? Apropos. Ja, haben wir. Yeah! Luna-Autos! Wir sind nur noch bei 9.000. Wir haben so viel Geld verloren. Und haben bis jetzt nur das hier gebaut? Das hier? Echt? So, bevor wir gleich ganz pleite sind. Würde ich gerne noch ein bisschen was von dem hier pflanzen. Okay, und die hängen sogar ein kleines bisschen in der Luft. Das ist natürlich jetzt auch nichts. Ähm, irgendwie... Irgendwie... 6.900. Okay, das... Portemonnaie wird immer dünner. Beziehungsweise immer leerer. Wer von euch spielt eigentlich mit Parkbetrieb nur Parkeintritt? Das wäre auch mal interessant, äh, einfach nur zum Wissen, okay, wer das, ähm, auch so spielt. Und, ähm, vielleicht kann man so ein paar Tipps oder so haben. Wäre ganz klasse. Wäre ich echt glücklich drüber. So, das haben wir ja 6.000. Hier oben kommt nochmal ein kleines Grüppchen von Erwachsenen danach. Nö. Da auch nicht... Da auch nicht... Marketing können wir eigentlich ausmachen. Ja, da oben lohnt es sich sowieso nicht. Ach, hier müssen wir auf alle Fälle noch verbinden. Ähm, hier unten. Die Marketingkosten waren bei... 1.000. Hier fallen wir wieder nach unten. Naja. Der Rest läuft, aber wir müssen sich auf alle Fälle noch ein bisschen was, ein bisschen was ändern. Auf alle Fälle, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Ähm, wir haben jetzt das Ganze noch ein bisschen überlegen. Wie immer hier weitermachen können. Ähm, hier unten natürlich muss man auch ein bisschen was... Ich weiß, hier sind jetzt wieder drei Folgen nur für diesen Käse hier. Vielleicht mal trotzdem ein Timelapse mit reinsetzen. Aber... Ja. Ich glaube, das wird schon. Sehr gerne fürs Zugucken. Hoffe es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja. Haas geht's. Vielen Dank.